Ja, wir sind im Europapark Rust bei einer ganz tollen Veranstaltung BWS und diese Veranstaltung hat vor allen Dingen für mich einen großen Wert, weil sie in kurzer Zeit komprimiert auf den Punkt Unternehmensnachfolge aus der Sicht des Verkäufers, aus der Sicht des Käufers und alle damit verbundenen Themen von der juristischen Finanzierungsseite bis hin zu auch den emotionalen Themen auf einen Punkt bringt. Und das finde ich sehr wertvoll, weil es ist kein Gequatsche, sondern es ist auf den Punkt. Und dieses Gesamtprogramm, das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es authentisch war. Es war engagierte Referenten aus der Praxis für die Praxis und das war keine Veranstaltung mit irgendeinem Shishi-Charakter, sondern einfach fokussiert für eine ganz bestimmte Zielgruppe, die im Normalleben ja immer eine Minderheit ist. Und hier hat man sozusagen endlich mal eine Gruppe, eine Community, wo gleiche Erfahrungen, auch viele gleichen Themen sich in einem Raum begegnen. Und das ist für mich das eigentliche Wertvolle, dass man das sozusagen in diese Komprimierung, in diese Konzentration bringt. Vielen Dank.